Hi! Heute werden wir gemeinsam den Sonnengruß praktizieren und zwar ohne Matte, sondern nur mit einem Stuhl. Stell dich vor den Stuhl ungefähr so einer Hand bzw. einer Armbreite entfernt. Fußspitzen sind nach vorne ausgerichtet. Schließ für einen Moment die Augen, atme tief ein und aus. Lass die Anspannung des Tages mit jeder Ausatmung mehr von dir abfallen. Mit der nächsten Einatmung öffnest du die Augen und bringst die Hände über den Kopf. Wenn du magst, kannst du dich hier leicht zurücklehnen. Gut. Mit der Ausatmung bringst du die Hände auf die Lehne. Lass die Ellbogen sich strecken, lauf vielleicht etwas weiter zurück mit den Füßen. Die Knie sind leicht gebeugt, der Kopf fällt zwischen deinen Armen durch. Und auch hier, mit jeder Ausatmung, lässt du dich etwas tiefer nach unten sinken. Spüre, wie sich Brust- und Schultergürtel mehr und mehr dehnen und der Kopf immer schwerer wird. Der darf hier einfach mal abhängen, ohne dass du dafür die Muskeln im Nackenbereich aktivieren musst. Mit der nächsten Einatmung kommst du mit dem Oberkörper nach vorne und trittst mit dem rechten Fuß nach vorne. Der linke Fuß ist hinten und die Ferse hebt leicht vom Boden ab. Hebe dann mit den Händen die Hände über den Kopf. Und wenn du magst, kannst du dir mal kurz die Hände hier in die Hüfte schieben. Und mal gucken, ob du die rechte Hüfte ein bisschen mehr zurückschieben und die linke nach vorne schiebst, sodass du dich hier in den Hüftbeuger ein bisschen mehr aktivierst. Super. Mit deinem nächsten Ausatmung bringst du die Hände wieder auf den Stuhl und trittst zurück. Und kommst auch hier wieder in die Vorwärtsbeuge, lässt die Knie leicht gebeugt, den Kopf schwer fallen. Atme ein, komm nach oben, bring jetzt den linken Fuß nach vorne, heb die rechte Ferse an und dann die Hände hier über den Kopf. Selbe Spiel hier, wenn du möchtest, kannst du hier mit den Händen in die Hüfte gehen, die linke Hüfte nach hinten, die rechte etwas mehr nach vorne schieben. Wenn wir das angepasst haben, noch einmal die Hände über den Kopf. Super. Ausatmen, Hände kommen wieder auf die Lehne. Wir treten noch einmal zurück. Atmen vollständig aus, lassen den Kopf hier wieder zwischen den Armen durch. Entspannende Schultern, entspann den Nacken, entspann das Brustbein. Atme ein, komm nach oben, tritt mit den Füßen etwas näher an die Lehne, Hände über den Kopf. Streck dich lang, bringe die Hände in die Hüften, spann den Po an und schiebe die Hüften sanft nach vorne. Lass den Kopf in den Nacken fallen. Nächste Einatmung, die Hände kommen zum letzten Mal nach oben. Streck dich lang. Ausatmen, Hände zur Seite. Spür noch einmal nach, wie es dir gerade geht, wie sich dein Brust- und Schulterbereich anfühlt, wie sich dein Rücken anfühlt. Und ich hoffe, du kannst diese kurze Sequenz möglichst gut in deinen Alltag integrieren. Bis zum nächsten Mal. End Untertitelung des ZDF, 2020